Wo Macron eher gesagt hat, nein, eigentlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu einem Vasallen werden der USA. Viele Leute sagen, das sind wir schon lange. Und müssten eigentlich eine dritte Kraft bilden, also Europa als starke Einheit dazwischen. Und dann sagt man jetzt auch, wenn man jetzt zum Beispiel an den Krieg denkt oder so, ich merke irgendwie immer mehr, es gibt eben auch innerhalb der EU viele Länder, die das ganz anders einschätzen. Also wenn man irgendwie jetzt liest, die NATO ist geschlossen bei dieser und dieser Sache und auf einmal tweetet aber ein Herr Orban, im Moment mal, nee, 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 ich sehe das ganz anders. Dann denkt man sich, gibt es überhaupt in Europa genug Einheit, um so eine dritte Kraft bilden zu können? Oder ist man automatisch irgendwie so ein bisschen der Spielball zwischen dem Westen und dem asiatischen Raum? Oh, jetzt sind wir schon wieder im nächsten ganz, ganz tiefen Thema drin. Das wird häufiger passieren heute. Ich habe es ja auf Seite 398, Entschuldigung, wenn ich das so dezidiert sage, geschrieben. Ich habe drei Szenarien für die zukünftige Weltordnung. Und das eine ist das Wahrscheinlichste, ein chinesischer Block, ein amerikanischer Block. Europa noch weiter im Vasallenstatus oder noch abhängiger von den USA, also eine neue Bipolarität. Auch die so eher östlichen Länder wie Ungarn und so weiter? Die sind sowieso. Ich meine, Polen wird doch gerade zum absolut amerikanischen Hochburg ausgebaut. Da kann man die traditionelle Feindlichkeit zu den Russen, zu den Deutschen oder auch die gemischten Gefühle, möchte ich mal sagen. Aber es gibt natürlich auch durchaus noch sehr starke Ressentiments. Die kann man da natürlich wunderbar nutzen, um Polen zur neuen NATO-Hochburg auszubauen. Das passiert ja gerade. Also das wahrscheinlichste Szenario für mich war eine neue Bipolarität. China, ein westlicher Block mit Europa angeschlossen an Amerika. Status von Russland und Indien, sagte ich damals, ungewiss. Und ich komme gleich darauf zurück. Szenario 2, ein großer Krieg. Also in solchen Zeiten wie jetzt, wo sich die globalen Gewichte verschieben. Das ist ja ähnlich wie um 1900, als das Deutsche Reich eben unerreicht war in der wissenschaftlichen Output, in der friedlichen Output der Ökonomie. Nicht anders als China jetzt. China expandiert ja auch friedlich. Nicht immer nett und nicht immer sicherlich mit hundertprozentig sauberen Methoden. Das ist in der internationalen Politik so, aber friedlich. Das muss man mal anerkennen. Also auch um 1900 gab es dann eben dieses Gedrängel im Zentrum der Weltbühne. Also wo zwei große Mächte oder drei oder vier in dem Fall sogar, also auch die USA stiegen ja auf und Japan irgendwann sich gestritten haben um die Pole Position. Und dann gab es den Ersten Weltkrieg. Und das können wir in der Geschichte zurückverfolgen. Nennt sich hegemoniale Stabilitätstheorie. Dass es also in der Weltpolitik quasi eine dominante Macht geben muss, die irgendwo die Regeln festlegt. Diese Regeln sollten einigermaßen fair sein. Natürlich profitiert die Führungsmacht am meisten davon. Aber auch die anderen sollten was davon haben. Und dann haben wir Stabilität. Und diese Phasen, wo sich die Gewichte verschieben, dann haben wir eben Instabilität. Und das dritte Szenario wäre? Ja, das dritte Szenario ist das, was sie sich wünschen. Oder was ich mir gewünscht hätte, also eine multipolare Weltordnung. Westliche Hemisphäre, also Nord-Südamerika, chinesischer Block, Europa inklusive Russland. Ja. Also ein starkes Europa und damit habe ich aber vor vier Jahren schon geschrieben, unwahrscheinlich. Also ein europäischer Block, zu dem aber ganz klar das aktuelle Russland dazugehört, das ist ja eigentlich undenkbar, oder? Nein, damals war es noch denkbar. Ich habe ein einziges Mal Putin persönlich erlebt, bin ihm auch vorgestellt worden. Das war auf dem Führungskräftetreffen der Süddeutschen Zeitung 2009 im Berliner Adlon. Da hielt er seine Rede einer Freihandelszone von Lissabon bis Wladivostok. War natürlich eine sehr weit gegriffene Vision. Und natürlich hat man in Amerika davor Angst, dass der eurasische Kontinent zusammenwächst. Was ja jetzt auch durch die chinesischen Projekte der One Belt One Road, also der Neunseidenstraße passiert. Das wäre ein Traumszenario, aber das ist sehr, sehr weit weg und auch die Europäische Union wächst natürlich in die völlig andere Richtung. Ich gehe nochmal zu einem Beispiel zurück, weil sie angefangen haben, sie waren noch ziemlich jung, die Mauer fiel. Und jetzt denkt man, die Welt wird immer globaler, immer besser. Globalisierung ist ein Naturgesetz. Da gab es dann bei der New York Times, da gibt es immer noch einen Kolumnisten, Thomas Friedman, nicht zu erwechseln mit George Friedman. Also Thomas Friedman bei der New York Times. Auch nicht Milton Friedman. Richtig, den habe ich auch mal kennengelernt. Ach wirklich? Ja, 1988, 1989 habe ich ihn auf einer Konferenz in Japan kennengelernt. Also Thomas Friedman ist dieser Herald der Eliten bei der New York Times. Der hat damals ein Buch geschrieben, The World is Flat. Sprich, die Welt ist flach, also alles ist connected und wir sind alle eine Welt und es wird immer mehr eine Welt. Und da habe ich 2005 schon in der Crash kommt und 2006 das Jahr rausgekommen geschrieben. Die Globalisierung ist kein Naturgesetz. Es wird demnächst eine Phase der Deglobalisierung geben, weil das so in Wellen geht. Und da sind wir jetzt drin. Und noch ein Beispiel, diese hegemoniale Stabilitätstheorie, von der ich eben gesprochen habe, dass also die Weltpolitik chaotisch ist, anarchisch, dass das Recht des Stärkeren gilt, dass man das natürlich durch Verträge und Institutionen etwas kanalisieren kann, solange es den starken Mächten passt. Wenn die glauben, es muss was anderes her, dann werden sie das auch umstoßen, wie man immer wieder sieht. Also dass das Recht des Stärkeren gilt und dass der Fall der Mauer eigentlich das Vorspiel war zu ganz großen Umwälzungen. Das kann ich durch eine kleine Episode belegen. Ich saß übrigens, als die Bilder vom Mauerfall kamen, in der Studentenbar der Princeton University, CD, wo ich promoviert habe, da lief der Fernseher und wir haben ein paar Bier getrunken, zwei oder eins oder auch mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kamen dann Bilder auf dem Fernseher, wo die Leute auf der Berliner Mauer tanzen. Ich dachte, boah, ist ja eine tolle Fotomontage. Und David Hasselhoff hat gesungen. Ja, das war später, der Ton war ja weg. Ich dachte, jetzt los. Dann habe ich da gefragt und dann kamen die Kommilitonen, nee, nee, das ist live. Ich sage, boah, gibt es ja, und ich bin hier in Amerika, in Princeton und ich bin nicht in Berlin. Und ein paar Monate später ging ich durch das Foyer der Woodrow Wilson School, die heißt jetzt Princeton School, weil man Woodrow Wilson auch im Zuge der Correctness entsorgt hat, den Präsidenten, der Amerika in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Gut, der war tatsächlich Rassist, das war nicht ganz unberechtigt, aber ich meine, das kann man ja auch kritisch würdigen, kann den Namen trotzdem stehen lassen, wie auch immer. Also ich ging durch das Foyer und traf meinen Professor Robert Gilpin. Das ist derjenige, der diese hegemoniale Stabilitätstheorie wieder eingeführt hat. Sie ist auch nicht neu, die meisten Gedanken in der Geistespolitikwissenschaft sind hunderte, wenn nicht tausende Jahre alt, wenn man genau hinschaut. Aber er hat das neu und schlüssig begründet und da lief gerade eine Konferenz über Nicaragua. Sie wissen, Nicaragua, das war auch vor ihrer Zeit, war so die Hochburg des linken Widerstandes. Da gab es eine kommunistische oder sozialistische Regierung, die Sandinistas. Und das war natürlich bei den Progressives, also Nicaragua, damit muss man sich befassen. Da lief eine Konferenz über Nicaragua, was man als liberal Linker so macht. Liberal ist ja in den USA eher links, das ist die Bedeutung. Das wurde ja um, der Begriff wurde ja einfach umbedeutet. Das würde Classical Liberal heißen. Genau. So, diese Konferenz lief und der Bob Gilpin kam mir entgegen, also ein kleiner Mann, er spricht leise. Und dann sagt er nur zu dieser Nicaragua-Konferenz, The world is falling apart and they worry about Nicaragua. Also er hat gesagt, dieser Fall der Mauer, der wird fundamentale Probleme mit sich ziehen, weil sich die ganze Architektur der Welt neu ordnet und die machen sich Gedanken um Nicaragua. Und es gibt doch so dringende Dinge. Ja. Und dann kamen wir halt in den USA in diesen Unipolar Moment. Ich hatte gerade John Meerscheimer zu Gast bei mir, eine Podiumsdiskussion mit ihm gemacht und Vortrag. Da hat er auch gesagt, dass die USA sind dann ab 1990, haben sie gesagt, wir sind die einzige verbliebene Supermacht. Wir setzen überall durch, was wir wollen. Ja. Haben dabei aber viele Fehler gemacht und jetzt sind wir in der Situation, in der wir sind. Wir setzen uns an, in der wir sind, in der wir sind, in der wir sind, in der wir sind.